Jetzt teilt Matthias Schweighöfer, 37, sein privates Glück. Im vergangenen Januar überraschte der Kino-Star seine Fans, er ist schon seit längerem nicht mehr mit seiner Partnerin Ani Schrom zusammen. Kurze Zeit später machte er auch gleich seine neue Liebe öffentlich, seine 14 Jahre jüngere Schauspielkollegin Rubio V. 23. Während der Berlin-Halle Anfang Februar präsentierten sich die Trotteldauben dann zum ersten Mal gemeinsam auf einem Red Carpet. Nun veröffentlichte Matthias auch süße Bärchenpicks mit Robi im Netz. In seiner Instagram-Story teilte er eine zauberhafte Bilderei mit seinen Fans. Auf den Schnappschüssen posiert das Paar in den verschiedensten ulkigen Posen, hältst dabei aber stets Körperkontakt. Das wohl niedlichste Foto zeigt Matthias und seine Freundin bei einer Hebefigur, die stark an die berühmte Szene aus Dirty Dancing erinnert, der 100 Dinge. Darsteller stand Trubi auf dem Bild hoch in die Lüfte, die begeistert die Arme ausstrickt. In weiteren Aufnahmen trägt er sie zu dem Huckepack. Aus Matthias' Hashtags unter den Fotos geht hervor, dass er und Trubi wohl eine romantische Date Night in einem Hamburger Luxushotel verbracht haben. Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.